Zu einem meiner Lieblingsthemen, die Tricks der Polizei und einem meiner Lieblingstricks der teuersten Unterschrift deines Lebens. Ich erzähle kurz ein bisschen was dazu, zeige auch zwei schöne Bilder aus Originaldokumenten der Polizei und werde dann sehr gerne Fragen dazu beantworten und gerne auch alle möglichen weiteren Fragen dazu beantworten. Die Tricks der Polizei, Unterschrift. Einer meiner Haupttipps ist ja neben Schweigen gegenüber der Polizei unbedingt nichts unterschreiben. Warum solltest du bei der Polizei irgendetwas unterschreiben? Du kriegst verschiedene Dokumente vorgelegt und dann bittet dich immer die Polizei, hier noch unterschreiben, hier noch unterschreiben, hier noch unterschreiben. Warum solltest du? Und ich rate immer dringend dazu, keine Unterschriften bei der Polizei zu leisten. Und dann kommentieren immer unter meinen Videos sehr viele schlaue Menschen, insbesondere Polizisten. Ja, warum die nichts unterschreiben? Das bringt doch überhaupt nichts. Kann man doch einfach so unterschreiben. Und wenn er nicht, das ist dann ein schöner Kommentar immer von Polizisten, ja, wenn man nicht unterschreibt, dann steht eben da, Unterschrift verweigert. Oder dann ist eben der Zeuge ein anderer Polizist, der dann sagt, okay, ich habe ja gesehen, der hat es zur Kenntnis genommen, was da steht. Aber, schauen wir jetzt mal, ich habe jetzt zwei Ausschnitte aus Originaldokumenten der Polizei dabei. Schauen wir es uns mal an. Das ist jetzt Nummer 1. Das ist aus einem, wahrscheinlich, Beschlagnahme- oder Sicherstellungsprotokoll der Polizei. Weitere Gegenstände, dann steht so drin, was sichergestellt wurde. Und dann haben wir hier, man sieht es, das Kreuz mit Bleistift kann man es leicht erkennen. Uneingeschränkt einverstanden. Uneingeschränkt einverstanden. Der Beschuldigte erklärt sich mit der formlosen Einziehung der Sichergestellten, Schrägstrich Beschlagnahmen, Gegenstände, und dann steht quasi, was ich zensiert habe, ist was sichergestellt wurde, uneingeschränkt einverstanden. Und dann, die Einverständlicherklärung stellt einen bedingungslosen und unwiderruflichen Verzicht am Eigentum der bezeichneten Gegenstände dar. Die Beschwerde ist nicht zulässig. Das heißt, wenn die jetzt dein Handy sicherstellen, dein Computer, keine Ahnung, deine Bong, dein Grinder, deine Waage, dann ist das weg. Und du kreuzt an, beziehungsweise normalerweise würdest du ankreuzen, einverstanden, nicht einverstanden, oder nur unter aufschiebender Bedingung, bla bla bla. Aber diese Kreuze, die wir hier sehen, die macht die Polizei. Das Kreuz rechts oben, das man hier mit Bleistift erahnen kann, ist von der Polizei. Das macht nicht der Beschuldigte. Da schreibt nicht der Beschuldigte, kreuzt hier freiwillig an, ich bin uneingeschränkt einverstanden, sondern das kriegst du so vorgelegt zum Unterschreiben. Und dann wirst du nicht gefragt, bist du einverstanden mit der Einziehung zumindest meistens. Und das sieht man auch hier ganz schön deutlich, links unten, Unterschrift verweigert. Unterschrift verweigert. Das heißt, dieses Blatt wurde dem Beschuldigten so vorgelegt, so vorgelegt, mit bereits vorher angekreuzt, uneingeschränkt einverstanden mit der Einziehung und gerade, dass nicht noch ein Gestätenes draufsteht. Und jetzt kommt der Höhepunkt, die nächste, hier, ist jetzt auch ein bisschen schönere Qualität, ist auch ein Beschlagnahmeprotokoll, die letzte Seite ist das normalerweise immer, Anlassgrund, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, den Rest habe ich zensiert, da steht dann normalerweise, keine Ahnung, Handel mit Marihuana, Maßnahme, Sicherstellung, da ist Beschlagnahme angekreuzt, richtig, weil Sicherstellung wäre freiwillig, also so kann man sich es vorstellen, also Faustregel, Sicherstellung ist freiwillig, Beschlagnahme ist quasi, wenn es die Polizei gegen deinen Willen nimmt, Rechtsgrundlage ist klar, den Rest habe ich zensiert, und dann ist Bescheidigung über eine Sicherstellung, wurde ausgehändigt, zack, das wissen die nämlich vorher schon, dass die Beschlagnahme, dass die Bescheidigung über die Sicherstellung schon ausgehändigt wurde, und dann ist Einverständnis, das ist mein Lieblingskästchen, und dieses Kästchen Einverständnis der des Betroffenen mit, das ist in so gut wie allen Bundesländern, sieht das eigentlich genau so oder ähnlich aus, Einverständnis des Betroffenen mit der Sicherstellung, angekreuzt. Es ist vorher angekreuzt, und das ganz Schöne an diesem Exemplar, wenn man genau hinschaut, dieses Ding, das ist nicht mal mit Kugelschreiber, das ist nicht mal Kugelschreiber, das wurde am Computer erstellt, das ist vorher am Computer erstellt worden und wird dann so dem Beschuldigten vorgelegt, zum Unterschreiben. Das finde ich wunderschön. Das finde ich wunderschön. Und deswegen leistet man keine Unterschriften, weil irgendwelche Einverständniserklärungen drauf angekreuzt sind, die du in der Situation niemals überblicken kannst. Das kannst du auch, wenn du Anwalt bist, nicht überblicken. Dafür müsstest du dann irgendwie spezialisierter Anwalt für Strafrecht sein, um genau die Konsequenzen und Folgen zu überblicken, jedes dieser einzelnen Kästchen, die dort vor angekreuzt sind. Und deswegen rate ich dringend immer davon ab, irgendwas zu unterschreiben. Weil da steht irgendwas drauf. Du sitzt bei der Polizei, bist vorläufig festgenommen, denkst dir, okay, jetzt bin ich ruiniert, gehe ich in den Knast, was soll meine Eltern denken, was soll meine Frau denken, sehe ich meine Kinder jetzt die nächsten fünf Jahre nicht wieder, weil ich jetzt in den Knast gehe. Und in der extremen Drucksituation, Nervosität, unterschreibst du nichts, da würdest du auch jetzt keinen Darlehensvertrag abschließen oder, keine Ahnung, dir einen neuen Fernseher bestellen. Sondern das würdest du vielleicht am nächsten Tag machen oder eine Woche später. Und deswegen, mach es einfach nicht. Nichts unterschreiben. Nie, 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 nie. Da gibt es nichts. Es gibt keine Vorteile, die du hast, wenn du da irgendwas unterschreibst. Und insbesondere gibt es auch keine Nachteile, wenn du nicht unterschreibst. Weil die Polizei kann dich nicht dazu zwingen, irgend sowas zu unterschreiben. Was ist, wenn eine dritte Person von denen das unterschreibt? Ja, es kann schon sein, dass dann quasi der nächste, der andere Beamte unterschreibt und schreibt, ja, wie wir vorher gesehen haben, ja, Unterschrift verweigert. Ich habe es gesehen, Unterschrift verweigert. Ja, klar. Das passt. Dann ist das zumindest ein Indiz dafür, dass du das Blatt irgendwann mal in der Hand hattest. Dass ihr mal im selben Raum wart mit dem Blatt. Aber, dass du das gelesen und verstanden hast und dass du dem zustimmst, das ist egal. Wenn das der Polizist unterschreibt, soll der Polizist unterschreiben, kann er gerne machen. Aber, du unterschreibst es nicht. Auf keinen Fall. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt noch, es gibt noch andere. Weil, es gibt da noch einige Formblätter, die draufstehen, wo du dann bestätigst, dass du belehrt worden bist. Und dann kriegst du ein DIN-A4-Blatt mit Kleingedruckten, ausgehändigt, wo irgendwelche Belehrungen draufstehen. Aussage, Verweigerungsrecht, Belehrung nach Paragraf 31 BTMG, dann die Formblätter zur vorläufigen Festnahme. Und das, kein Mensch liest das. Kein Mensch liest das. Warum solltest du unterschreiben, dass du von dem Inhalt Kenntnis genommen hast. Und dass du die Belehrungen erhalten hast. Weil, ich kann dir garantieren, 18% der Belehrungen, die auf dem DIN-A4-Blatt draufstehen, hast du tatsächlich nicht erhalten. Und zweitens, warum solltest du es unterschreiben? Warum solltest du es unterschreiben? Weil kein Mensch sitzt dich hin und liest dich das Ganze durch. Weil, im Endeffekt, du würdest auch nicht an einer Haustür irgendwas unterschreiben, nur weil du denkst, der setzt dich jetzt unter Druck. Je mehr mich jemand unter Druck setzt, desto weniger, desto weniger würde ich bei dem irgendwas unterschreiben. Das gilt erst recht für die Polizei. Also, du bist Zeuge, dann unterschreiben, kein Problem. Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt, also beim Zeugen ist es jetzt so, auch beim Zeugen würde ich nicht unbedingt unterschreiben, weil da gibt es dann irgendwelche Belehrungen für irgendwelche Strafbarkeit und, naja, schwierig. Also auch beim Zeugen wäre ich jetzt nicht unbedingt, voll dabei, immer das zu unterschreiben. Da würde ich es auch mir genauestens durchlesen. Herr Gruppel, da darf die Polizei in einem, also ich beantworte jetzt Fragen, wenn es, stellt gerne noch Fragen zu den Unterschriften, aber ich gehe jetzt einfach mal so durch, was wir so haben. Herr Gruppel, da darf die Polizei in einem Ermittlungsverfahren Funkdaten vom Handy auswerten? Ja, das geht. Die brauchen aber dafür normalerweise einen richterlichen Beschluss. Zumindest dann irgendwie eine Möglichkeit, weil das ist ja, die Funkdaten stammen ja nicht von der Polizei. Die brauchen die beim dritten Anbieter. Das heißt, dafür brauchen die normalerweise einen richterlichen Beschluss. Passiert aber hin und wieder. Welche Nachteile, eine schöne Frage, welche Nachteile könnte ich durch die Verweigerung bekommen? Das heißt, du verweigerst die Unterschrift unter zum Beispiel Sicherstellungsprotokoll und den Belehrungen. Welche Nachteile könntest du haben? Eigentlich nur, dass die Polizei mehr Druck macht, dass die dann sagen, ja, wenn du jetzt der häufigste Nachteil, wenn du nichts unterschreibst, ist, dass die Polizisten dann sagen, ja, gut, wenn du nichts unterschreibst, dann kriegst du eben das Sicherstellungsprotokoll jetzt nicht mit, dann kriegst du jetzt von uns gar nichts. Naja, es steht halt im Gesetz. Im Gesetz steht, dass du auf Verlangen muss dir ein Protokoll über die sichergestellten Gegenstände ausgehändigt werden. Im Gesetz steht nicht, dass du das unterschreiben musst. Die Polizei muss das erstellen und muss dir geben. Du musst nicht quittieren, dass du das bekommen hast. Das ist einfach nur falsch. Der rechtswidrigste und böseste Druckmittel der Polizei ist dann, ja, dann darfst du ja nicht gehen. Und das ist einfach nur dann, da sind wir dann fast in einer strafbaren Freiheitsberaubung, weil im Endeffekt, du musst nichts unterschreiben. Und wenn die sagen, wenn du nicht unterschreibst, kannst du nicht gehen, ist das einfach nur strafbare Freiheitsberaubung. Nicht mehr, nicht weniger, weil es gibt keinen Grund für eine vorläufige Festnahme, weil du irgendwas nicht unterschreibst. Die Polizei möchte mein Handy, aber ich gebe mein Passwort nicht. Was können sie tun? Nix. Sie können im Endeffekt nur Druck auf dich machen, aber wenn du das Passwort nicht rausgibst, du bist nicht dazu verpflichtet. Wenn du sagst, ich mache von meinen Aussagen Verweigungsrecht Gebrauch, ich werde keine Angaben machen, insbesondere keine Angaben zu meinen Passwörtern, was sehr sinnvoll ist, dann kann die Polizei nichts machen. Die können dich nicht irgendwie weiter unter Druck setzen und irgendwie an deine Passwörter kommen. Die können aber das Handy natürlich knacken. Also im Endeffekt, die meisten, sagen wir mal, viele Geräte kann die Polizei entsperren lassen. Zwar oft nicht selber, weil das LKA relativ überfordert ist, aber oft bei Drittanbietern, zum Beispiel Cellbrite in München ist da relativ bekannt, das ist wahrscheinlich der größte Anbieter, der bekannteste zumindest. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen, wenn die Polizei lange ermittelt? Weder noch. Also es kann ein gutes Zeichen sein, es kann ein schlechtes Zeichen sein. Hängt ein bisschen vom Einzelfall ab, wenn es ein, ja, grundsätzlich. Bei uns ist es so, im Regelfall, im Normalfall bin ich immer froh, wenn ein Strafverfahren länger dauert, weil längere Zeitdauer kommt dem Beschuldigten entgegen. Jetzt sagen wir mal, es gibt ein klassisches Beispiel, irgendwie ein Diebstahl oder eine Kneipenschlägerei. Im Januar 2023, so vor drei Wochen hast du jemanden, keine Ahnung, irgendwie die Lippe blutig gehauen vor der Kneipe. Wenn das Verfahren länger dauert, kommt dir das zugute, weil wir haben immer noch im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, je länger das Verfahren dauert, desto schlechter wird die Beweislage, weil Daten gehen verloren, Videoüberwachungsdaten, Telefondaten, Zeugen können sich nicht mehr so gut erinnern. Je länger ein Verfahren dauert, grundsätzlich desto besser für den Angeklagten. weil ein Zeuge, der die Schlägerei gesehen hat, wenn der 2024 als Zeuge geladen wird, 18 Monate nach der Schlägerei, also wenn du an der Schlägerei nicht beteiligt warst, dann wird die Zeugenaussage wahrscheinlich relativ mau werden. Also da ist eine lange Zeitdauer eigentlich immer ganz sinnvoll. Es gibt Ausnahmen, wenn natürlich jetzt irgendwie, die haben jetzt irgendwie deinen Rechner und dein Handy sichergestellt, die du unbedingt für die Arbeit brauchst, dann sollte man natürlich irgendwie schauen, dass man das beschleunigt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ganz gut, wenn es nicht schnell geht. Was mache ich, wenn mein Handy beschlagen hat wurde und ich bekomme es wieder, aber es ist defekt oder es hat einen Kratzer durch die Polizei? Das wären so Entschädigungsansprüche. Das heißt, wenn das Verfahren eingestellt wird oder du bist freigesprochen, dann hättest du da einen Entschädigungsanspruch gegen die Staatskasse. Polizei möchte auf meinem Firmengelände auf meiner Waage ein Lkw wiegen. Darf ich sie meines Grundstücks verweisen oder das Wiegen verweigern? Ja klar. Ja klar, weil du bist ja auf deinem Firmengelände, da bist du ja Dienstleister. Deine Lkw-Waage, die ist ja nicht allgemein gut, die kann ja nicht jeder benutzen, wie er möchte. Das ist ja deine Firma, das ist ja dein Unternehmen. Und die Waage bietest du jetzt nicht kostenlos jeden an. Das heißt, wenn die Polizei kommen möchte und dort jetzt irgendwie ein Lkw wiegen, also entweder du bist nett und sagst, ja, mach gerne, aber schau, dass es schnell geht, ansonsten kannst du sagen, ja, mach 20 Euro, weil die Waage ist halt auch nicht umsonst. Die muss ja auch irgendwie bedienen. Wann gibt es eine vorläufige Festnahme wegen Verdunklungsgefahr in Bezug auf Betäubungsmittel? Kann man leider pauschal nicht beantworten. Verdunklungsgefahr heißt quasi, dass die Gefahr besteht, dass du Beweismittel vernichten könntest und das zum Beispiel oder irgendwie anders negativ auf das Strafverfahren einwirken kannst und deswegen musst du jetzt quasi erstmal festgenommen werden. Klassischer Fall irgendwie, die wollen jetzt eine Hausdurchsuchung und brauchen jetzt erstmal einen richterlichen Beschluss. Der Beschluss dauert halt zwei Stunden, bis die einen Ermittlungsrichter erreichen, der den Beschluss erlassen hat. In zwei Stunden kriegen die einen Beschluss, um deine Wohnung zu durchsuchen. Wenn die jetzt natürlich dich freilassen, dann ist das Erste, was du machst, du fährst nach Hause, vernichtest, löschst deine Handyjets und spielst alles im Klo runter. Und das ist eine klassische Verdunklungshandlung. Und dann gibt es eine vorläufige Festnahme wegen Verdunklungsgefahr. Die ist relativ wenig auf Betäubungsmitteln von der Menge abhängig. Da geht es tatsächlich hauptsächlich, muss natürlich schon verhältnismäßig sein, aber die ist hauptsächlich davon abhängig, ob es jetzt quasi einen Haftgrund gibt für die vorläufige Festnahme. Wie lange dauert Akteneinsicht? Eigentlich sofort. Also die gesetzliche Grundregel ist, dass du sofort Anspruch auf Akteneinsicht hast. Das heißt, zumindest der Anwalt kann Akteneinsicht beantragen und muss dann gleich die vollständige Ermittlungsakte bekommen. In dem Zustand, wie sie halt eben ist. Das heißt, wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, dann kriegst du eben die Akte so, wie sie halt eben aktuell gerade aussieht. aber bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind, kann die Staatsanwaltschaft Teile aus der Akte, aus der Ermittlungsakte entfernen, die den Untersuchungserfolg gefährden können. Das heißt, wenn jetzt da irgendwie irgendwelche geplanten Maßnahmen drinstehen, die Untersuchung, die noch nicht durchgeführt worden ist, zum Beispiel, klassisches Beispiel, dann kann die Staatsanwaltschaft solche Sachen rausnehmen aus der Akte. Das heißt, du kriegst dann nicht die vollständige Akte, beziehungsweise dein Anwalt kriegt die vollständige Akte nicht. Wenn ich mein Handy zurücksetze, damit sie keine Beweise haben, können sie dann die Sachen wiederherstellen. Das ist eher eine tatsächliche Frage, weil, hängt davon ab, also wenn du jetzt das Handy in die Hand nimmst und setzt es zurück auf Werkseinstellungen, dann sind die ganzen Daten ja noch drauf. Die sind nur, das Handy sind nur zurückgesetzt. Das heißt, wenn du jetzt was löscht, dann gibst du ja die Dateien nur frei, dass die überschrieben werden können. Die sind ja nicht physisch weg. Dass die physisch weg sind, die Daten müssen dir mindestens ein paar Mal überschrieben werden. Also je nachdem, wie lange das Löschen her ist, aber, wie gesagt, das ist eine theoretische Frage, weil das Wiederherstellen gelöschter Daten ist nicht ohne. Das ist ein ganz schöner, nicht nur Rechenaufwand, sondern auch ein personeller Aufwand. Mein Nachbar ist im Garten eine 6 Meter hohe Kernpflanze im Komposthaufen gedeihen. Welche Strafe droht? 6 Meter ist unschön, weil, wir hatten mal so einen Fall, wo jemand eine 6 Meter hohe Pflanze hatte. Es war zufällig, glaube ich, tatsächlich so in der Größenordnung 5, 6 Meter oder waren es 4. Auf jeden Fall waren die schon relativ groß, auch gut ausgebildet. auch wenn das eine männliche Pflanze ist, dann bist du bei 4, 5, 6 Meter hohen Pflanze, wenn die ausgewachsen ist, hast du da schon THC-Gehalt, wo du sogar über die nicht geringe Menge kommen kannst. Da sind keine Blüten dran. Das ist eine männliche Pflanze, keine Blüten. Aber da kann es sein, dass du aufgrund der Betäubungsmittelmenge an THC-Wirkstoff in der nicht geringen Menge bist. In 29a Absatz 1 Nummer 2 besitzt nicht geringer Menge ein Jahr Mindestzeitstrafe. Weil auch eben in der männlichen Pflanze ein bisschen THC drin ist. Aber die Frage zieht wahrscheinlich darauf ab, ist das strafbarer Anbau? Nein. Also wenn er die nicht eingepflanzt hat, sondern die wächst einfach so, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, Vögel haben da Samen hingetragen. Wenn er die einfach wachsen lässt, ist das kein Anbau. Weil der Anbau wäre nur, du steckst den Samen in die Erde, du gießt, du düngst, das ist alles mit nichts machst, das ist kein Anbau. Dann wäre es höchstens ein Besitz. Weil du besitzt Betäubungsmittel. Sechs Meter hohe Kaninplätze auf deinem Komposthaufen würde man wahrscheinlich von Besitz ausgehen. Man kann darüber streiten. Man kann durchaus darüber streiten, weil die Frage ist, hast du den Besitz Willen? Oder es ist dir einfach völlig egal, dass die da wächst. Wenn es dir völlig egal ist, dann wärst du nicht unbedingt im Besitz. Könnte man zumindest argumentieren. Würde man damit vor Gericht durchkommen? Wahrscheinlich nein. Weil die Frage ist natürlich, wenn es dein Grundstück ist, erlangst du dadurch Besitz, dass du sagst, dich du düst, dass die da wächst. wäre klassisch ist, wer klassischer tolus eventualis, aber führt es zu weit. Macht es einen Unterschied, ob ich mit 500 Gramm oder 5 Kilo Kokain erwischt werde? Faktisch erst mal in dem Moment nicht, weil die beiden Fälle wird die Polizei extrem ernst nehmen, weil das sind so Fälle, die hat die Polizei nicht täglich. Die hat auch die Polizei an der holländischen Grenze oder in Hamburg oder Berlin nicht täglich. Oder klassisch klischeehaft Frankfurt. Also 500 Gramm Kokain ist schon ein Fall, wo die Polizei dann schon erstmal Augen macht. Das haben die nicht jeden Tag. Auch die Spezialisten nicht. Das heißt, die werden sie ernst nehmen. Dann gibt es sehr wahrscheinlich Haustuchssuchung, Handy wird beschlagen, vorläufige Festnahme, wegen Fluchtgefahr, mindestens Fluchtgefahr, wahrscheinlich auch Verdumpelungsgefahr. Und dann wird sehr wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft in aller Regel bei solchen Mengen Haftbefehl beantragen. Und dann geht es zum Ermittlungsrichter. Der Unterschied 500 Gramm oder 5 Kilo wird dann relevant. Beim Ermittlungsrichter, weil der bei 5 Kilo Kokain wird sehr wahrscheinlich einen Haftbefehl erlassen, bei 500 Gramm kriegt man vielleicht noch ganz gut aus der Vorzug gesetzt. Das heißt, 5 Kilo untersuchungshaft 500 Gramm kriegt man vielleicht noch jemanden raus. Und vor Gericht, klar, riesen himmelweiter Unterschied. 500 Gramm 5 Kilo ist ein Riesenunterschied. Weil 500 Gramm, wenn wir jetzt mal von Wirkstoffgehalt 80% ausgehen, dann wärst du bei 400 Gramm Kokain Hydrochlorid. 400 Gramm wäre die 40-fache nicht geringe Menge. Bei 5 Kilo Kokain wäre es beim selben Wirkstoffgehalt die 400-fache nicht geringe Menge. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Heißt, bei 500 Gramm, also beim halben Kilo Kokain wäre es du in einem Fall, wenn es gut geht, kriegt man da vielleicht noch ganz gut Bewährungsstrafe hin, wenn es richtig gut funktioniert. Im Süden wird es hartes Stück Arbeit, im Norden kann es ganz gut hinhauen. Bei 5 Kilo wird es heftig. Also in München 5 Kilo Kokain wird die Staatsmannschaft definitiv über 5 Jahre haben wollen und definitiv zum Landgericht anklagen. Aber das wahrscheinlich in ganz Deutschland. Also 5 Kilo wird teuer. Bei einem Kumpel gab es eine Hausdurchsuchung. Das Verfahren erstreckt sich nun über 4 Jahre. Die Geräte sind nach dem Verfahren veraltet und ohne Nutzen. Hat man Recht auf Schadenersatz wegen Wertverlust? Ja. Also wenn das Verfahren eingestellt wird oder freigesprochen wird, ist das ein klassischer Anspruch auf Entschädigung. Kann Pädophilie strafrechtlich gemildert werden? Ja, klar. Ja, weil im Endeffekt bei solchen Straftaten natürlich der geistige Zustand schon auch maßgeblich ist. Und wenn jemand quasi eingeschränkt schuldfähig ist oder weil er eine extreme psychische Störung hat, dann ist das natürlich auch zu berücksichtigen im Urteil. Geht so weit, dass wenn jemand so schwer eine psychische Störung hat, dass dann eine Unterbringung angeordnet wird. Das heißt, man wird freigesprochen, weil derjenige dann nicht schuldfähig ist und kommt nicht in Haft, sondern geht dann in eine Unterbringung, was nicht unbedingt angenehmer ist, weil es erstmal kein Ende hat. Du kriegst dann nicht fünf Jahre Unterbringung, sondern du wirst untergebracht. Punkt. Und dann kann sein, dass du lange, lange, lange nicht mehr rauskommst. Ich falle einem Kumpel von mir bei der Polizeikontrolle ins Wort, damit er sich nicht kriegt. Wäre das schon eine Strafvereitelung? Nein. Nein. Also jemanden auf seine Rechte hinzuweisen. Sagen wir mal, du kommst in eine Polizeikontrolle und dann kommen die netten Beamten ans Fenster und sagen, ja, wann haben sie das letzte Mal irgendwie geküfft und er sagt, ja, und du sagst, nein, Aussage verweigern, schweigen. Das wäre, würde ich jetzt aus dem Bauch raus nicht als Strafvereitlung sehen, weil wenn du jemanden auf seine Grundrechte und auf seine strafprozessualen Rechte hinweist, auch nachdrücklich, dann ist das keine Strafvereitlung. Wenn jemand behauptet, dass er mir 150.000 Euro gegeben hat, herzlichen Glückwunsch, und mir die Polizei Betrug nachweisen will, es jedoch keine Unterschrift gibt, habe ich dann etwas zu befürchten? Ja, schwierig. Also wenn jemand behauptet, er hätte dir 150.000 Euro gegeben, und du hättest ihn quasi betrogen, weil du nie vorhattest, das zurückzuzahlen, ja, das musst du schon irgendwie beweisen. Also die reine Zeugenhaussage wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt alleine ausreichen, kann aber ausreichen. Kann aber ausreichen. Macht es Sinn, einen Anwalt zu beauftragen, wenn man vorher weiß, dass die Geldstrafe niedriger als die Anwaltskosten sind? Ja, schon, also kommt im Einzelfall, muss man vom Einzelfall aus beurteilen, aber also egal, wie niedrig die Geldstrafe ist, ich würde immer versuchen, jede Verurteilung, jede Verurteilung zu verhindern. Angenommen, man hat im alkoholisierten Zustand geäußert, dass das Fahrzeug mehr Leistung hat. Boah, ich kann mir die Situation jetzt gerade schwierig vorstellen. Macht es Sinn? Also, wie ist das, wenn man nach einer Nacht in der Aussichtungszelle entlassen werden soll und eine Entlassungserklärung unterschreiben soll? Schöne Frage zum Thema. Ich würde es mir sehr, sehr genau durchlesen. Aber wie gesagt, du bist nicht verpflichtet, irgendwas zu unterschreiben. Also, warum solltest du es unterschreiben? Du hast ja keinen Vorteil. Also, außer die sagen, sie lassen sich nicht gehen, wenn du nichts unterschreibst. Aber dann würde ich sagen, ja, dann könnt ihr bitte richtige Polizisten rufen, weil wenn ihr mich jetzt hier festhaltet, um eine Unterschrift abzunötigen, dann möchte ich bitte jetzt Anzeige erstatten gegen euch. Was denkst du? Laut Encrojet-Daten in Summe 200 Kilo Marihuana und Haschisch Einfuhr und Weiterverkauf. Ja, was denkst du wird der EuGH entscheiden zur Verwertungsbarkeit der Encrojet-Daten? Ich mache mir keine übermäßig großen Hoffnungen, dass der EuGH die Encrojet-Daten kippen wird. Also, ich hoffe schon drauf, aber 50-50 würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, eher weniger. Angenommen, man hat, ach so, die haben wir, was bedeutet eine Gefährderansprache? Ach so, ja, das ist aber eher so im Polizeien-Sicherheitsrecht, also geht es eher um Prävention. Das heißt, wenn die Polizei davon ausgeht, jemand irgendwie begeht Straftaten, insbesondere ist Gefährderansprache bei irgendwie so Fußball, Hooligans oder häuslicher Gewalt, dass die Polizei da vorbeikommt und sagt, tue es nicht. Bringt es was, gegen die Polizei vor Gericht zu gehen? Ja. Polizeigewalt, 5-6 Stunden in Handschellen hinterm Rücken. Ja, bringt es was? Leider oft nicht, weil einfach die Polizisten, bei tatsächlicher Polizeigewalt sind die Polizisten einfach zu oft zu gut abgesprochen und dann hast du relativ wenig Chance. Aber bitte immer anzeigen. Also, wenn sowas passiert ist, bitte zeigt es an, weil es einfach eine schwere Straftat ist. Also jetzt so Körperverletzung im Amt, Nötigung, ist es eine schwere Straftat? Und bitte zeigt es an. Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Staatsanwaltschaft, es kann natürlich schon auch mal nach hinten losgehen, aber kann die Polizei zwei alte WhatsApp-Anrufe rekonstruieren. Nein. Also Sie können vielleicht die Metadaten, klar, die Metadaten, die sind einfach zu bekommen, weil der Inhalt von WhatsApp-Anrufen und Nachrichten ist Ende zu Ende verschlüsselt. Aber die Metadaten, wann eine Nachricht geschrieben wurde, an wen, diese Daten sind ja auf dem Handy. Und auch bei den Anrufen ist es so, dass die Daten, die gibt es ja. Das heißt, die können theoretisch besser rekonstruiert werden. Der Inhalt aber nicht. Also der Inhalt von WhatsApp-Anrufen, der ist Ende zu Ende verschlüsselt. Nein. Was passiert, wenn ich mit zwei Tonnen Marihuana erwischt werde? Wie viele Jahre gehe ich rein? Ja, wenn es gut geht, ja, ist es ganz schwierig. Also wenn es schlecht läuft im Süden, 8, 9, 10, 11. Wenn es gut läuft im Süden, unter 5. aber der muss schon richtig gut laufen. Im Norden entsprechend vielleicht weniger. Aber er hat zwei Tonnen, also 2000 Kilo Marihuana, 2 Millionen Gramm Marihuana, also unter 4 Jahren, wird schwierig. Weil eben maßgeblich auch laut BGH einfach die Betäubungsmittelmenge ist. Also ich halte das nicht für gut, aber, ja. ich habe wenig Geld, lieber Pflichtverteidiger oder spezialisierter Anwalt in dem Bereich, hängt es vom Einzelfall ab. Also bei kleiner Geldstrafe, es gibt auch fähige Anwälte, die jetzt nicht ultra teuer sind. Also bitte gerne bei solchen Fällen einfach mal bei uns anrufen und wenn wir euch zu teuer sind, dann können wir günstigere Kollegen gerne empfehlen. Ist immer noch besser als Feld, Wald und Wiese. Also Feld, Wald und Wiese nennt man quasi Anwälte, die irgendwie so alles und nichts machen. Mietrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, was so kommt. Das ist so Feld, Wald, Wiese und das würde ich, ja, würde ich einfach immer abraten. Außer du willst deinen Ansprechpartner haben und sagst, ich habe jetzt seit 20 Jahren schon einen Anwalt, der hat meine Mietsache gemacht, meine Scheidung, der kennt mich und ich möchte zu dem, ich finde den sympathisch. Ja, aber jetzt bei einer schweren Sache würde ich immer zum Spezialisten. Immer, immer, immer. Und auch bei kleinen Sachen, weil auch bei kleinen Sachen können einfach die Folgen sehr, sehr unangenehm und böse werden. In welchen Bereichen seid ihr spezialisiert? Nur Strafrecht. Also wir sind im Strafrecht spezialisiert, wir sind nur acht Anwälte und ausschließlich Strafrecht. Im Strafrecht am meisten BTMG. Merkt man vielleicht an meinen Videos auch. Ab wann geht es zum Landgericht und ab wann zum Amtsgericht? Also die Faustregel, es gibt noch andere Regelungen, aber die Faustregel, es gibt noch andere Zuständigkeiten. Faustregel, wenn die Staatsanwaltschaft über vier Jahre haben will, dann klagen die zum Landgericht an. Heißt, über vier Jahre Freiheitsstrafe, geplante Freiheitsstrafe, geht es zum Landgericht. Alles andere bleibt beim Amtsgericht. Faustregel. Wann ist es anders? Zum Beispiel, wenn Unterbringung in einem psychiatrischen kranken, psychischen Krankenhaus ausgesprochen werden soll, weil jemand psychisch gestört ist, dann geht es gleich zum Landgericht. § 63 StGB Unterbringung geht es zum Landgericht. Oder wenn es besonders, besonders wichtige Verfahren sind, wie jetzt zum Beispiel Gil-Oferim mit diesem, der bekannte Fall, wo es in dem Hotel mit der Verleumdung oder was da dann Thema war, keine Ahnung. Aber der Fall war so in der Öffentlichkeit, dass das die Staatsanwaltschaft zum Landgericht angeklagt hat. Weil die gesagt haben, der Fall ist so öffentlichkeitswirksam und so wichtig, das geht jetzt gleich zum Landgericht. Halte ich tatsächlich für rechtswidrig, ist aber leider Gesetz. Zahlt der Jugendliche die Prozesskosten, wenn er Mindestlohn arbeitet, aber nächstes Jahr wieder zur Schule geht. Im Jugendgerichtsgesetz gibt es eine Sonderregelung für die Gerichtskosten, wenn jemand verurteilt wird. Im Erwachsenenstrafrecht ist es so, wirst du verurteilt, zahlst du die Gerichtskosten, wirst du nicht verurteilt, zahlst du keine Gerichtskosten. So ist das Erwachsenenstrafrecht. Grundregel. Beim Jugendstrafrecht, da ist eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, wenn der Jugendliche jetzt irgendwie brav ist und wird mit drei Gramm Marihuana erwischt und dann haben wir irgendwie 2000 Euro Verfahrenskosten, weil keine Ahnung, was alles passiert ist, dann kann das Gericht, beziehungsweise soll das Gericht sogar die Gerichtskosten nicht dem Jugendlichen auffälligen. Kann man als Rechtsfachwirt Jura studieren? Boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es so lange her, also so lange auch wieder nicht, aber es ist lange her, ich kann es dir tatsächlich nichts sagen. Würdet ihr jemanden in der Haft im Süden vertreten für Lockerung, Ausgang, Urlaub, Zweidrittelstrafe? Ja, grundsätzlich schon, ist aber jetzt bei uns tatsächlich nicht billig. Das heißt, das sind Sachen, wo du vielleicht bei günstigeren Anwälten dann besser aufgehoben bist, weil, wie gesagt, das ist auch jetzt juristisch nicht so große Herausforderung, da bist du jetzt wahrscheinlich bei uns nicht so gut aufgehoben, in der Strafvollstreckung, bei so kleinen Sachen, weil es dann wahrscheinlich bei uns ja nicht rentabel zu teuer ist, ehrlicherweise einfach. Ja, also bei Strafsachen, auch wenn es jetzt um einen Gramm geht, gerne zu uns, weil auch bei einem Gramm kannst du erhebliche Konsequenzen haben, aber, Strafvollstreckung, aber kannst du gerne auch dich bei uns melden. Zwei Jahre nach der Untersuchungshaft einen Monat, jeden Tag der Meldepflicht nachgekommen, jeden Tag, zwei Jahre. Kommt mir das vor Gericht zugute? Ja, wahrscheinlich. Ja, schon. Was steht in der Polizeiakte und kann ich sie löschen lassen? Sehr interessante Frage. Ich würde dir empfehlen, einfach mal eine Datenschutzauskunft zu machen, entweder beim Polizeipräsidium oder beim LKA, beim Landeskriminalamt. Die können die Polizeiakte schicken. Dann kriegst du einen schönen Brief, habe ich auch schon mal gemacht, kriegst du einen schönen Brief, wo dann drinsteht, was die Polizei so über dich gespeichert hat und was die Polizisten auch sehen, wenn die dich quasi auf der Straße kontrollieren. Würde ich empfehlen, mal zu machen, ist ganz interessant. Was alles drinsteht, ist insbesondere, stehen eingestellte Verfahren drin. Da stehen sogar Verfahren drin, von denen du nie benachrichtigt wurdest. das heißt, nicht nur Verurteilungen stehen in der Polizeiakte, sondern auch eingestellte Verfahren, Freisprüche, einfach alles. Mildere Strafe bei Selbstanzeige, auch bei Mord? Fragezeichen. Also bei Mord explizit nein, weil Mord gibt es nur eine Strafe und das ist lebenslänglich. Selbstanzeige würde ich nur, 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 nur mit Anwalt machen. Also Selbstanzeige erstens gar nicht, zweitens nur mit Anwalt. Also wir haben, glaube ich, unter Kanzlei, wenn ich alles zusammenrechne, die letzten Jahre, insgesamt vielleicht fünf Selbstanzeigen gemacht. Und das waren meistens Fälle, wo es einfach, wenn es nicht anders geht. Das ist so, keine Ahnung. Der häufigste Fall der Selbstanzeige ist die Straftat gegen den Arbeitgeber. Jemand klaut beim Arbeitgeber, nimmt keine Ahnung und kastet Werkzeugkasten oder Geld, 1000 Euro aus der Kasse und der Arbeitgeber bemerkt es und sagt, ich zeige dich an. Und wenn du jetzt nicht selber zur Polizei gehst und eine Selbstanzeige machst, dann mache es ich. Und wenn du den Arbeitgeber dann nicht davon abbringen kannst, dann kommt man nicht drum rum, dann wird die Selbstanzeige wahrscheinlich das einzige Mittel sein. Ansonsten würde ich eher von der Selbstanzeige abraten. Herr Kruppigler, bei einem Freund konnte der WhatsApp-Verlauf von bis zu 5 Jahren zurückliegend eingesehen werden. Nichts davon war auf seinem Handy. Alles von den WhatsApp-Servern. Nein. Würde ich bezweifeln, außer es war ein Backup. Weil WhatsApp selber dürfte die nie und nimmer 5 Jahre speichern. Und WhatsApp gehört ja zu Facebook, Meta und die sitzen in den USA. Das heißt, du bräuchst dir ja die Polizei in Amtshilfe zu suchen und Beschluss, dass die in den USA die Daten freigegeben werden. Die werden das normalerweise nicht machen. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wahrscheinlich dein Freund irgendwo in der Cloud ein Backup hatte und das die Polizei dann wieder hergestellt hat. Ist zwar jetzt auch nicht ganz ohne vom Aufwand her, aber dass dir tatsächlich bei WhatsApp die Daten noch lagen, das würde ich bezweifeln. Also nichts ist unmöglich, aber was gibt es für eine Strafe, wenn man jemanden mit Springmesser bedroht, aber nur ein Schlagring gefunden wurde? Was heißt mit Springmesser bedroht, aber nur ein Schlagring gefunden wurde? Ja gut, wenn es nachweisen lässt, dass jemanden mit Springmesser bedroht hast, Bedrohung ist schon eine etwas schwerere Straftat, insbesondere mit einer Waffe, da bist du als erwachsener Ersttäter schon auch gleich immer im saftigen Geldstrafen Bereich. Wie lange darf die Polizei meine beschlagnahmten Sachen, wie zum Beispiel Handy und Laptop einbehalten? Mittlerweile schon zwei Jahre, solange es für das Verfahren erforderlich ist. Es ist, glaube ich, Paragraf 111 N wie Norbert Strafprozessordnung. Wenn die für die Zwecke des Strafverfahrens erforderlich ist, Handy und Laptop darf behalten werden. Das heißt, wenn es für das Gerichtsverfahren, wenn da Beweise erhebliche Daten drauf sind, dann bleibt Handy und Laptop bei der Staatsanwaltschaft. Ich fahre betrunken mit dem Auto ein Straßenschild um, Nummernschild bleibt liegen, es ist tatsächlich relativ häufig. Polizei rufen oder erst Rausch ausschlafen? Boah, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, Straßenschild um, Nummernschild weg. Wenn du dann wegfährst, ist Fahrerflucht. Durch dein Nummernschild kratzt am Auto relativ eindeutig nachweisbar. Dann bist du im unerlaubten Entfernen vom Unfallort Straftat. Wenn du dort bleibst, rufst die Polizei, die kommt, machen Atemalkoholtest, Blutprobe und du bist nennenswert alkoholisiert, dann bist du auch in einer Straftat, weil du quasi betrunken einen Unfall verursacht hast. Beides nicht so schön. Also, im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden. Wobei natürlich, man bedenken muss, ohne jetzt von mir irgendwelche Tipps, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort eine relativ milde Straftat ist. Das heißt, da bist du noch keine Geldstrafe. Demgegenüber, Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, mit Alkohol, Unfall verursacht, da bist du schnell mal 6, 9, 12 Monate der den Führerschein los. Also, jetzt nur in der Theorie. Es ist kein Tipp, sondern einfach nur so, um sich mal das in Relation vor Augen zu führen. Herr Gruppengler, ich möchte Sie heiraten. Vielen Dank. Ich möchte dich auch heiraten. Bin leider verheiratet und die Doppel-Ehe ist strafbar in Deutschland. Kann die Polizei den Bildschirm auf dem iPhone live mitlesen? Grundsätzlich nein. Also nur tatsächlich mit dem, hatten wir am Anfang die Frage, mit dem Staatstrojaner, Bundestrojaner, Quellen Telekommunikations Überwachung. Droht hier eine Strafe wegen Beleidigung? Böse Zungen munkeln, sie sind ein Arsch. Ich finde sie aber natürlich super. Danke. Ja, hatten wir vorher schon mal. Beleidigung ist nicht konkret definiert. Es gibt keinen Katalog, was ist eine Beleidigung und was nicht. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das muss man sich vor Augen führen. Also wenn du jetzt, wenn du keine Ahnung, du sitzt mit deinen Freunden beim Kartenspielen und verlierst und schmeißt die Karten auf den Tisch und schreist ihr dreckigen Arschlöcher und dann spielt ihr ganz normal weiter, das ist dann, würde ich sagen, eine normale sozial adäquate Verhaltensweise beim Kartenspielen. Aber wenn du natürlich jetzt zum Polizisten bei der Polizeikontrolle oder zu irgendwie dem Kassierer im Supermarkt Arschloch sagst oder Arsch, natürlich eine Beleidigung. Das heißt, es ist immer situationsbezogen. Wenn du jetzt jemandem sagst, böse Zungen munkeln, sie sind ein Arsch, ich finde sie aber natürlich super, schwierig. Müsste man genau die konkrete Situation sehen, ist es als Beleidigung gemeint, wird es auch als Beleidigung aufgefasst in der konkreten Einzelsituation. Weil da gibt es ja immer so, wo viele Leute dann sagen, ja, recht auf freie Meinungsäußerung und dann ich, meine persönliche Meinung ist, die sind ein Arschloch. Ja, das ist halt strafbar. Das ist halt einfach eine Beleidigung. Das ist halt einfach eine Beleidigung, weil die, es ist recht auf freie Meinungsäußerung endet da, wo du die Rechte von jemand anderem tangierst, verletzt. Und das ist eben die Persönlichkeitsrechte von jemand anderem. Persönliche Ehre. Strafe, Scheibe von zwei Autos eingeschlagen, mehrere Sachbeschädigungen, Schaden 1500 Euro nicht vorbestraft. Was kann auf einen zukommen? Schadenersatz und welche Strafe? Ja, Schadenersatz, halt einfach, der Schaden entstanden ist. Und das Blöde ist halt in Deutschland mit Gutachter, wenn du ein Auto nur schief anschaust, bist du da beim Schaden von 1000 Euro. Das heißt, Schaden an Autos ist immer böse. Strafe, Sachbeschädigung, 1500 Euro, Geldstrafe, ein, zwei, ein, zwei Monats gehälter Geldstrafe vielleicht beim Ersttäter, beim Erwachsenen. Oh, schöne Frage, wird die Führerscheinstelle vor oder nach einem BTM-Urteil wegen Erwerbs benachrichtigt? Das heißt, du hast dir das bei jemandem mit 50 Gramm Marihuana bestellt über WhatsApp-Nachricht, das Handy vom Dealer sichergestellt, jetzt wird dir der versuchte oder vollendete Erwerb von 50 Gramm Marihuana vorgeworfen. Wann wird die Führerscheinstelle davon benachrichtigt? Grundsätzlich ist so, dass im Urteil beziehungsweise wenn das Urteil gesprochen ist, das Urteil rechtskräftig, dann geht normalerweise die Akte an die Führerscheinstelle. Nicht vorher. Da gibt es auch Entscheidungen von den Verwaltungsgerichten, dass Daten aus dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren oder aus dem Strafverfahren dürfen erst von der Führerscheinstelle verwaltungsrechtlich gegen dich verwendet werden, wenn das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Vorher Unschuldsvermutung, geht die Akte nicht an die Führerscheinstelle. Ausnahme Ausnahme Ordnungswidrigkeiten, Trunkenreinverkehr, Betäubungsmittel Straßenverkehr, da wird oft oder viel häufiger zumindest die Führerscheinstelle gleich benachrichtigt von der Polizei. Haben Sie einen Lieblingsjurafilm? Natürlich blond oder im Auftrag des Teufels etc.? Schöne Frage, schöne Frage. Ich würde subjektiv sagen, Lieblingsjurafilm im Auftrag des Teufels grandios und Chicago, Chicago ist gigantisch. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt streamen. Ist Wahnsinn. im Besten, ja, Chicago. Wenn ich sage, Herr Grubwinkler hört sich eng an, ist das dann sexuelle Belästigung, Verleumdung oder Beleidigung? Schöne Frage. Es ist die Frage, wie du es äußerst. Also eine sexuelle Belästigung kann es nicht sein, weil sexuelle Belästigung ist nur Tätlichkeit. Alles andere wäre eine sexuelle Beleidigung. Und der Unterschied Verleumdung, Beleidigung ist der Unterschied Beleidigung, sagst du es zu mir und Verleumdung sagst du es zu jemand anderem. Aber könnte durchaus eine Beleidigung sein. Also mir ist es egal, ich fasse es offiziell for the record, ich fasse es nicht als Beleidigung auch, das ist keine Beleidigung und ich wünsche auch keinen Strafantrag zu stellen. Ich verzichte hiermit auf Strafantrag. Also bist du safe. In meinem Fall zumindest. Kann eine Aussage im Verwaltungsverfahren, schöne, wichtige Frage, kann eine Aussage im Verwaltungsverfahren zum Nachteil im Strafprozess genutzt werden? Das heißt, du kriegst eine Anhörung von der Führerscheinstelle, die sagen, sie hat mir im strafreglichen Ermittlungsverfahren zugegeben, irgendwie Kugain zu konsumieren, wir würden dir jetzt die Fahrerlaubnis entziehen, wenn es recht ist, und du dann mit der Führerscheinstelle sagst, nein, das war ja nur zehnmal, habe ich mir drei Gramm gekauft, aber das ist Jahre her. Diese Aussage kann vor Gericht im Strafprozess gängig verwendet werden. Unbedingt aufpassen, alles was so außen rumläuft, beim Jugendlichen, die Jugendgerichtshilfe, der Mitarbeiter des Landratsamtes, der Mitarbeiter des Jugendamtes, die haben alle in der Regel keine Schweigepflicht, das heißt, was du denen sagst, landet, wenn du Pech hast, bei Gericht. Das heißt, wenn du im Verwaltungsverfahren irgendwas sagst, kann das gegen dich im Strafprozess verwendet werden. Wichtig, insbesondere ganz, ganz wichtig bei der Jugendgerichtshilfe. Die Jugendgerichtshilfe ist ein Mitarbeiter vom Jugendamt, zumindest Landratsamt von der Gemeinde, nicht Gemeinde, Landratsamt oder Stadt, die Jugendgerichtshilfe soll, das ist eine relativ neue gesetzliche Regelung, soll so früh wie möglich im strafrechtlichen Verfahren beteiligt werden. Und die Jugendgerichtshilfe, die macht dann einen Bericht und die hört sich das an, was du zu sagen hast und hört sich dann an, wo warst du zur Schule, wie war das Elternhaus, bla bla bla, was hast du so vor und die gibt dann einen Bericht ab ans Gericht. Die hat keine Schweigepflicht, die gibt dann einen Vorschlag, wie du zu bestrafen bist oder wie es zu ahnden ist, aber die Jugendgerichtshilfe, die ist eine Hilfe fürs Gericht. Die Jugendgerichtshilfe ist keine Hilfe für den Jugendlichen, weil es klingt so, Jugendgerichtshilfe, ja cool, da brauche ich jetzt eigentlich keinen Anwalt, weil Jugendgerichtshilfe, die hilft mir ja. Die hilft nicht dir, die hilft dem Gericht. Unbedingt aufpassen. Alles, was du dir sagst, landet bei Gericht. Gibt es eine Strafe, wenn man illegale Software gedownloadet? Wenn ja, welche? Also das sind ganz seltene Fälle und die sind so selten, dass da leider ich pauschal auch dir keine Hausnummer geben kann. Ich erwarte fünf Jahre in Kaiserheim. Was würde so eine Vertretung kosten bei euch? Circa 1000 oder 5000? Oder mehr? So 5 bis 10 könnte ich mir auch leisten. Hängt vom Einzelfall ab. Also wir arbeiten normalerweise mit Pauschalen, aber so in einem normalen Fall ohne Untersuchungshaft sollte man eigentlich so im mittleren vierstelligen Betrag hinkommen mit allem drum und dran. Ah, wo findet die Verhandlung statt? Dort, wo ich erwischt wurde oder an meinem Wohnort? Ah, schöne Frage. Im Erwachsenenstrafrecht. Wohlgemerkt Erwachsenenstrafrecht ist das Tatortprinzip. Das heißt, dort, wo die Tat begangen ist, dort wirst du angeklagt. Klassisch, und das ist auch das extrem rechtswidrige am deutschen Betäubungsmittelstrafrecht. Wenn du dir, sagen wir mal, du fährst von München nach Berlin, soll ja vorkommen, du fährst von München nach Berlin, kaufst dir dort irgendwie 500 Gramm Marihuana und fährst dann von Berlin nach München. Wenn du in Berlin erwischt wirst mit 500 Gramm, ist es vergleichsweise milder. Brandenburg geht es auch noch. Und wenn du dann weiterfährst, je weiter du kommst nach München, desto schwerer wirst du bestraft. Einfach nur, weil du dort erwischt wirst. Und das ist das Verrückte. Und das ist das unglaublich rechtswidrige am deutschen Betäubungsmittelgesetz. Noch schlimmer ist es bei kleinen Mengen. Du fährst von München nach Berlin und hast dann halt noch irgendwie 12 Gramm im Auto. Wenn du dann in Berlin mit den 12 Gramm kontrolliert wirst, passiert nichts. Einstellung. § 31a, btmg, geringe Menge zum Algenbedarf, eingestellt. In Berlin. In Brandenburg wird wahrscheinlich auch noch folgenlos eingestellt. Wenn du Glück hast, in Bayern mit 12 Gramm kriegst du dann schon nur noch eine Einstellung gegen Geldauflage. Da zahlst du massig Geld und zwar meistens dann über 500 Euro für die Einstellung. Und das ist das rechtswidrige, auch einer der rechtswidrigen Punkte am deutschen Betäubungsmittelstrafrecht und an der Kriminalisierung von Cannabis. Dass es teilweise absolut vom Zufall abhängig ist und du gar nicht wissen kannst, ob du jetzt dafür eigentlich bestraft wirst oder nicht. Ich war bei einem zu ihm persönlich sagst, dann könnte man durchaus Beleidigung werten, wenn es noch keine Bedrohung ist. Wenn du es gegenüber anderen sagst, ja, ist die Frage. Können sie Beispiele für begründeten Verdacht bei Verkehrskontrolle nennen? Können die Polizisten einfach sagen, ja, er hatte große Pupillen und deswegen Testblutprobe? Ja, leider. Ja, das Problem ist, dass die, hatten wir im letzten Livestream vorgestern, glaube ich, auch, wenn die Polizei eine Verkehrskontrolle macht, dann können die sowieso eigentlich tun und lassen, was sie wollen, weil die können mittlerweile ja selber eine Blutprobe anordnen. Wenn ein Anfangsverdacht für eine, für ein Verkehrsdelikt mit Betäubungsmittel oder Alkohol gegeben ist, kann die Polizei selber eine Blutprobe anordnen. Ja, und Verdacht für eine Verkehrsdelikt oder für eine Trunkenheitsfahrt oder für eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss gibt es so viele, dass die Polizei freie Auswahl hat eigentlich. Irgendwie gerötete Augen, Nervosität, Mundtrockenheit, Müdigkeit. Und dann ist immer das Schönste, hatten wir im letzten Livestream auch, ja, die Stimmung, die Stimmungslage. Bist du nämlich ganz ruhig und entspannt in der Verkehrskontrolle, dann bist du teilnahmslos. Anzeichen, der hat gekifft, der ist teilnahmslos, der ist euphorisiert. Wenn du sauer bist und sagst, was wollt ihr jetzt von mir, ich hab nichts konsumiert, ich komm gerade aus der Frühschicht, dann bist du aggressiv. Zeichen für Betäubungsmittelkonsum. Also teilnahmslos, aggressiv, du bist gut drauf, euphorisiert, gekifft, du bist schlecht drauf, oh, depressive Verstimmung, Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum. Also, egal was du machst, wenn die einen Drogentest haben wollen, ja, dann zu große Pupillen, zu kleine Pupillen, zu langsame Pupillenreaktion, überhaupt keine Pupillenreaktion, es ist so, leider gibt es so unglaublich viele Zittern. Eines meiner Lieblings, was da im Polizeibericht drinsteht, Zittern. Jemand zittert. Zitter mich. Und dann erzähl mir dann nebeneinander am Telefon, ja, natürlich habe ich gezittert, es war drei Uhr morgens und ich stehe im T-Shirt im November draußen bei Null Grad und Regen. Da zittert man eben, da brauche ich nicht irgendwie zwei Gramm Metamphetamin in mir haben, um zu zittern. Da zittert halt jeder. Und das ist so, ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, was zitterst du? Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn, die Polizei, wenn die eine Blutprobe haben wollen, finden wir immer eine Ausrede. Immer, immer, immer. Ich bin 16 und habe einem guten Freund einen Teleskopschlagstock gegeben und der hat damit jemanden gehauen. Der Geschädigte hat nichts zu mir gesagt, aber der Freund schon, dass der Stock von mir war. Ist die Frage, hast du ihm den Stock gegeben, um den anderen zu hauen? Beihilfe. Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung? Hast du ihm den einfach geliehen, weil er gesagt hat, kannst du mir den mal ausleihen, ich finde den schön, dann wäre es jetzt kein Verstoß. Weil der Teleskopschlagstock selber wäre jetzt der Besitz nicht strafbar nach Waffengesetz. Was tun bei sexuellem Missbrauch von Kindern und welche Strafe, was kann man Strafmildern machen? Strafmildern bei so Missbrauchsfällen immer versuchen, oder irgendwie Therapie, 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 Therapie. Also in Betäubungsmitteln sind viele Anwälte viel zu schnell dabei, Therapie zu empfehlen. Also wenn jemand jetzt irgendwie hin und wieder mal Marihuana raucht, dann schicke ich den nicht in die Therapie. Oder wenn jemand in München mit zwei Existabletten erwischt wird, dann empfehle ich dem nicht, jetzt irgendwie einen Entzug und eine Therapie zu machen. Aber, und viele raten dann immer so schnell zu einer Therapie, aber ich sage mal, jemand, der jetzt irgendwie hin und wieder Marihuana raucht, das ist einfach ein Opfer der Kriminalisierung. Der braucht keine Therapie. Das ist jetzt jemand, der vielleicht drei Gramm am Tag rauft, dann wahrscheinlich schon, aber nein. Bei sexuellem Missbrauch aber. Unbedingt. Irgendwie schauen, Therapie, psychische Betreuung, zum Arzt verweisen lassen an Psychologen. Weil es gibt so ein Netzwerk, kein Täter werden und sowas, aber die steigen meistens aus, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft. Das heißt dann zum Arzt und sich überweisen lassen zum Psychologen. Und einen richtig guten Anwalt suchen. Bei sexuellem Missbrauch wirst du hart. Ja, da wird es hart. Wie hart wird Psilocybin gehandhabt? Wenig. Wenig. Also Psilocybin ist ja der Wirkstoff von Magic Mushrooms. Es gibt ja zwei Wirkstoffe. Psilocybin und Psilocin das sind die beiden Wirkstoffe von Magic Mushrooms quasi relativ milde. Also wenn du einen Staatsanwalt hast, der Ahnung hat, dann kriegt man das normalerweise ganz gut geregelt. Weil auch LSD zum Beispiel, was ja stärker ist als Psilocybin, ist relativ milde. Es ist jetzt nicht wie Marihuana haschisch schon drüber, aber aber nicht dramatisch. Ist die Staatsanwaltschaft an den BGH gebunden? Äh, nein. Nein. Die Staatsanwaltschaft ist ja eine Behörde und die ist, die hat einfach eine normale Behördenstruktur. Das heißt, da gibt es einfach eine Hierarchie. Die Staatsanwaltschaft ist jetzt nicht an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebunden. Insbesondere, weil es in Deutschland kein Fallrecht gibt. Das heißt, wenn der BGH was entscheidet, dann ist das nicht Gesetz, sondern man kann sich daran orientieren, aber das Amtsgericht muss das jetzt nicht für bare Mühe nehmen. Das heißt, wir haben kein Fallrecht, sondern wir haben Richterrecht. Jedes Amtsgericht, jeder Richter kann selber frei entscheiden, wie er das sehen will. Und wenn jemand sagt, okay, ich halte aber irgendwie, meiner Meinung nach ist bei Marihuana erst ab 30 Gramm THC die nicht geringe Menge erreicht und nicht schon bei 7,5, wie es seit 40 Jahren anerkannt ist, dann kann es der Amtsgerichter so machen. Wenn der sagt, ich sehe das anders, dann kann er das anders entscheiden. Im Rahmen der Gesetze. Und genauso ist es grundsätzlich auch bei der Staatsanwaltschaft. Ja. Kann das Telefon von Unbeteiligten abgehört werden, weil vermutet wird, dass der böse Dealer da anrufen wird? Theoretisch ja. Aber der Telekommunikationsüberwachung 100a Strafprozessordnung ist nur bei schweren Straftaten rechtmäßig mit richterlichem Beschluss, klar. Und bei Unbeteiligten ist die Hürde noch höher. Also das ist, ich kann es kurz zeigen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, das ist die Telekommunikationsüberwachung. Das heißt, dass ein Telefon abgehört wird. Und wir brauchen eine schwere Straftat. Einzelfall schwer wiegt, ist da Nummer zwei. Die Tat muss auch im Einzelfall schwer wiegen. Und die Straftaten, die Schwerstraftaten sind, sind da aufgelistet. Das heißt, Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, Geldfälschung, schwere Sexualstraftaten, Mord, Totschlag. Und beim BTMG sind wir bei, hier, das ist die ganz Interelevanten für uns, beim BTMG im gewerbsmäßigen Handel treiben und ab der nicht geringen Menge. Genau, da kann die Polizei ein Handy abhören. Braucht dafür aber einen richtigen Beschluss. Gehen wir wieder auf die aktuellen Fragen. Darf die Polizei mich in Grenzregionen ohne Grund kontrollieren? Ja, grundsätzlich ja. Je nach Bundesland ist die Schleierfahndung. Also zumindest ja, also im Rahmen der Schleierfahndung jetzt zum Beispiel in Bayern ist es so, dass die Polizei dann in der Grenzregion 30 Kilometer Radius um die Grenze verdachtsunabhängig nicht nur kontrollieren, sondern auch durchsuchen kann. Was halten Sie von Herrn Bernsmann? Keine Ahnung. Also sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Ist aber auch schon spät. Ja, du kannst immer ohne Grund an der Grenzregion 30 Kilometer grenzen. Genau. Genauso an Bahnhöfen und besonderen Plätzen. Da ist es auch so in den meisten Bundesländern. Also ich glaube eigentlich die Regelung gibt es in allen, aber da ist es immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ab wann steht was im Führungszeugnis? Ist komplex. Das Bundeszentralregistergesetz ist nämlich sehr schlecht und sehr kompliziert geschrieben. Da gibt es immer eine Ausnahme von Ausnahme mit Rückausnahme. Faustregel, die erste Verurteilung bis zu 90 Tagessätzen steht nicht im Führungszeug. Alles drüber steht drin. Das heißt, wenn dann ein weiterer dazukommt mit 10, du hast eine Verurteilung mit 20 Tagessätzen und eine mit 30, sind beide drin. Wird Mord nach Absitzen der Strafe überhaupt wieder aus der Akte gelöscht? Ja, aber lange. Das sind, glaube ich, im Bundeszentralregister 20 Jahre und im Führungszeugnis 15, wenn ich mich nicht täusche, aber bitte nicht darauf festnageln. Also Mord, die Frage, wie lange Mord im Führungszeugnis ist, hat man jetzt nicht unbedingt täglich. Weil so lange bin ich noch nicht dabei, dass ein Mandant von mir wegen Mordes verurteilt wurde und dann aus der Haft wieder entlassen wurde, irgendwie nach, keine Ahnung, 18 Jahren. Vor 18 Jahren war ich noch irgendwie Student. Was zur nächsten Frage führt, wie alt sind Sie? 38. Mit dem Anzug könnten Sie auch Bestatter oder Man in Black werden? Ja, sind meine Vorbilder. Man in Black und Bestatter sind meine großen Idole. Ich werde mich gleich am Montag melden. In welcher Kanzlei erreiche ich Sie persönlich? Es ist eigentlich relativ egal, weil wir digital arbeiten. Das heißt, wenn du in der Zentrale anrufst, dann kommst du immer zu jemanden durch. Also bei uns ist es nicht so getrennt. nach, es sind ja quasi nur Filialen von uns und nicht selbstständige Kanzleien jetzt. Das heißt, es ist tatsächlich relativ egal, wo du anrufst. Mit geladener Panzerfaust an der Passauer Grenze erwischt. Wie heftig werde ich bestraft? Äh, bestraft. Ziemlich. Also es wäre wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz oder so, schwer ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Da wird es schon ein paar Jahre geben wahrscheinlich. Also wenn du da irgendwie mit zwei Jahren Bewährung rausgehst, wäre wahrscheinlich ein gutes Ergebnis, weil das geladene Panzerfaust ist schon dann eine Nummer. Wie wird ein Strafverteidiger vergütet? Also es gibt Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und da stehen feste Sätze drin, beziehungsweise Rahmen, aber jetzt die meisten, ich sage mal, renommierteren Strafverteidiger werden quasi einfach privat Verträge abschließen mit Vereinbarungen. Das heißt, die haben dann quasi ihre eigenen Preise, so wie bei uns jetzt. Wir rechnen jetzt nicht gesetzlich ab nach RVG, sondern bei uns kriegt ja einfach jeder ein Angebot, was es kosten wird. Wie läuft eine Hausdurchsung ab? Kann man dagegen was machen? Nein. Eine Hausdurchsung kannst du faktisch nicht verhindern und auch rechtlich nicht verhindern, weil wenn die Polizei bei dir vor der Haustür steht und hat einen Durchsuchungsbeschluss in der Hand, dann wird der verstreckt. Die kannst du theoretisch nur einzige Möglichkeit, dass du eine Hausdurchsung in der Situation verhinderst. Wenn du auf den Durchsuchungsbeschluss drauf schaust und da steht nur eine Sache drauf, wenn da steht, wir sollen jetzt den Computer sicherstellen, weil da irgendein Video drauf ist, dann kannst du die Durchsuchung damit verhindern, dass du sagst, okay, ich mache euch die Tür auf, wir gehen jetzt rüber, dort steht der Computer, den holen wir uns jetzt, nehmt den mit, fertig. Dann kannst du damit die Durchsuchung verhindern, weil dann die Hausdurchsuchung hat der Richter nur angeordnet, um diesen Computer sicherzustellen. In den allermeisten Fällen, zum Beispiel insbesondere im Betäubungsmittelgesetz wird es aber nicht so sein, da steht dann drauf Durchsuchungsbeschluss, ja, Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Geldbeträge, Wertgegenstände, elektronische Speichermedien, Telekommunikationsgeräte, also eigentlich alles. Das heißt, die durchsuchung einfach das komplette Haus. Da gibt es, bringt auch nichts, also auf keinen Fall dann irgendwie zum Schrank gehen und sagen, hier ist mein Gras, nehmt es mit, da, das dann nichts rausgeben. Wenn die durchsuchen, wie gesagt, wenn mehr als ein Gegenstand draufsteht auf dem Durchsuchungsbeschluss, dann bitte nicht rausgeben. Also wäre zumindest dann blöd, das rauszugeben, sondern dann wäre es eher sinnvoll, einfach zu schweigen, sich hinsetzen, abwarten. Das SEK tritt die Tür auf, Tür fällt auf mich drauf, Schmerzensgeld. theoretisch, aber eigentlich nur, wie immer, im Rahmen der, des Streck, des Entschädigungsgesetzes für Strafverfolgungsmaßnahmen. Ist der Einsatz eines Lügendetektors als Beweismittel zulässig? Nein, ist, glaube ich, sogar auch explizit gesetzlich verboten. Ist aber, wird aber diskutiert, das in Ausnahmefällen zuzulassen, wenn jemand einverstanden ist. Aber grundsätzlich ist es unzulässig. Beihilfe zum Mord. Meine Oma möchte, dass ich ihr Medikamente, Schlafmittel besorge, die sie für Selbstmord nehmen könnte, wenn sie nicht mehr klar denken kann. Mache ich mich damit strafbar? Das ist eine richtig schöne Studentenfrage. Also im Studium ist die sehr relevant, weil es ein sehr examensrelevantes Thema ist, weil im Endeffekt ist die Frage, gibt es eine Beihilfe zum Selbstmord? Nein. Es gibt keine Beihilfe zum straflosen Suizid, weil der Selbstmord ist nicht strafbar. Deswegen ist auch grundsätzlich gibt es keine Beihilfe zum Selbstmord, weil es kein Mord. Weil Mord ist nur, wenn jemand einen anderen Menschen umbringt und nicht sich selber. Aber es gibt natürlich die aktive passive Beihilfe, Sterbehilfe und das ist natürlich eine Straftat. Jetzt ist die Frage, ob wir in diesem Fall schon so weit wären, dass wir im strafbaren Bereich sind. Muss ich der Polizei Auskunft geben, warum ich gerade 5000 Euro in bar dabei habe, wenn es zur Kontrolle kommt? Müssen? Nein. Aber wenn du keine Auskunft gibst, wo dein Geld herkommt, dann, und das ist einer der wenigen Fälle, wo es tatsächlich sinnvoll sein kann, nicht zu schweigen, sondern was zu sagen, kann sein, dass die das Geld beschlagnahmen. Wegen Verdacht, Schwarzgeld und dann kann sein, dass das erstmal beschlagnahmt wird. Also im Zweifel würde ich natürlich trotzdem immer schweigen, aber wenn du jetzt auf das Geld angewiesen bist, dann wäre es tatsächlich, kann es sehr sinnvoll sein, zu sagen, wo es her ist, wenn du jetzt wirklich nichts zu befürchten hast. Schon mal eine Straftat vereitelt? Ja, eine Strafe vereitelt? Ja, bestimmt, aber halt nur mit, also täglich, wir vereiteln täglich Strafen. Das heißt, im Endeffekt, die Strafvereitelung, die strafbare Strafvereitelung nach STGB ist ja eigentlich unser täglich Brot, das ist ja unser Job, aber nur im Rahmen des Prozessual Erlaubten. Da ist es nämlich als Strafverteidiger nicht strafbar. Weil, wie gesagt, das, was wir betreiben, ist ja eigentlich eine strafbare Strafvereitelung als Anwalt, laut Gesetzes, wortlaut. Aber es ist einfach so anerkannt, dass, wenn man das mit lauteren prozessualen Mitteln macht, dass es dann nicht strafbar ist. Weil, wie gesagt, die Strafvereitelung ist ja theoretisch unser Beruf. gilt auch ein mündlicher Durchsuchungsbeschluss. Ja, der Durchsuchungsbeschluss des Ermittlungsrichters hat keine Formzwang. Das heißt, der muss nicht schriftlicher gehen oder per Fax oder per Telefon, sondern der geht mündlich. Wenn die Polizei anruft beim Ermittlungsrichter und fragt, dürfen wir durchsuchen, wir haben jetzt irgendwie bei dem im Auto drei Kilo Kokain gefunden, wir würden jetzt gerne schauen, ob er zu Hause auch noch was hat, dann kann ihn der Richter mündlich anordnen. Er muss nur dann irgendwann, muss er das dokumentieren in der Ermittlungsakte. Wann wird mit dem Anwalt abgerechnet? Vor oder nach dem Prozess? Vor. Also, das ist gesetzlich geregelt, dass Anwälte Vorschüsse verlangen dürfen. Das heißt, nicht erst nach bezahlter Arbeit bezahlt werden, sondern Vorschüsse. Warum steht, schöne Frage, die Frage davor schon mal 262 oder 185 vorgeworfen bekommen aufgrund der Anwaltstätigkeit. Nein. Nein? Jetzt war irgendwo eine schöne Frage. Zum Thema Beleidigung. Was ist, wenn mich die Polizei nach dem Passwort fragt und ich sage, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber versuchen Sie mal Drecksbulle.666. lutscht meine Eier. Ja, also, ich würde sagen, da braucht man jetzt keine, da braucht man jetzt kein Rechtsgutachten, juristisches Gutachten, um zu beurteilen, dass das eine strafbare Beleidigung ist. Gehen BTMG-Verurteilungen immer an die Führerscheinstelle? Ja. Ist Gesetz, also, nein, aber es ist gesetzlich vorgeschrieben. 99% gehen an die Führerscheinstelle. Wird auch oftmal vergessen, aber es ist gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, ja. Schöne Frage, genau. Warum stehen in der Polizeiakte eingestellte Verfahren und Freisprüche? Das darf doch für die Arbeit der Polizei nur völlig unerheblich sein. Ja, würde ich auch so sehen, sehen leider die Gerichte anders. Also, auch eingestellte Verfahren heißt, du bist unschuldig. Es gibt die Unschuldsvermutung. Du bist erst schuldig, wenn du verurteilt bist. Eingestelltes Verfahren heißt unschuldig. Freispruch heißt erst recht unschuldig. Aber, die Verwaltungsgerichte, gibt es Entscheidungen, sagen, es besteht, auch beim eingestellten Verfahren, oder auch beim Freispruch zum Beispiel, der sogenannte polizeiliche Restverdacht. Als Beispiel jetzt zum Beispiel eine Einstellung gegen Geldauflage. Die Staatsmannschaft sagt, ja, können wir ihm jetzt die 10 Gramm Marihuana nachweisen? Ja oder nein, das ist eigentlich egal. Zahl 500 Euro am Kindergarten und dafür stellen wir es ein im Gegenzug. Das heißt, da bist du jetzt nicht so faktisch, natürlich ist deine Unschuld jetzt nicht nachgewiesen und deswegen sagt man da, ja, es gibt ja den polizeilichen Restverdacht. Vielleicht war es ja doch und deswegen steht es in der Polizeiakte. Genauso beim Freispruch. Beim Freispruch kann ja sein, dass du freigesprochen wirst, ähm, im Zweifel für den Angeklagten. Oder du freigesprochen wirst, weil die Tat ist verjährt. Äh, ist das Beispiel Love Parade. Love Parade. Da, Freispruch, weil, also glaube ich zumindest, mein letzter Stand war, war zumindest Freispruch, weil, äh, verjährt. Und da kannst du ja Bodenbein schuldig sein, aber für jedes Mal verjährt und dann wirst du freigesprochen. Wie lange kann man nachträglich nach der Einstellung des Verfahrens Schadensersatz verlangen, wegen beschlagnahmendem Geld zum Beispiel? Ähm, sechs Monate nach Belehrung über die Strafrechtsentschädigungsansprüche. Was passiert, wenn ich angeklagt werde bezüglich Falschgeld? Noch nicht vorbestraft. Falschgeld ist relativ ernst zu nehmen. Ähm, nicht mehr so schlimm wie früher, aber ist relativ ernst zu nehmen. Ähm, da solltest du dich vielleicht melden, wenn, wenn das tatsächlich der Fall ist. Wie oft waren sie vor dem BGH? Ich war tatsächlich selber nie beim BGH. Kollegen von mir schon, in der Kannzei, aber ich noch nicht. Beziehungsweise, das heißt noch nicht. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen, weil es, ähm, ich insoweit wahrscheinlich nicht mehr so viele Fälle habe, dass das mal passiert, weil es tatsächlich eine sehr seltene Konstellation ist. Weil eine, der Bundesgerichtshof ist ja quasi die Revisionsinstanz gegen zum, gegen zum Beispiel erstinstanzliche Urteile der Landgerichte. Und da ist es eben so, ähm, der entscheidet ja immer durch, also normalerweise durch Beschluss. Das heißt, da gibt es keine, in der Regel, keine mündliche Verhandlung. Also die mündliche Verhandlung von BGH ist extrem selten. Weil der im Endeffekt schriftlich entscheidet. Da gibt es Urteil oder Beschluss im schriftlichen Verfahren. So. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es tut mir unglaublich leid. Mir macht es großen Spaß, aber ich muss mich leider verabschieden. Irgendwie wird es, wird es stimmlich auch langsam schwierig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch Spaß macht. Ähm, gebt mir Daumen hoch für das Video. Meldet euch. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die unbedingt geklärt werden müssen, schreibt es in die Kommentare, auf YouTube, irgendwo unter dem Video. Normalerweise sehe ich es. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonniert meinen Kanal und seht euch meine Videos an. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns.